Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video hier auf diesem YouTube-Channel. Heute spielen wir etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Meine Zuschauer mögen dieses Spiel so abnormal, Radja. Deshalb werden wir dieses Spiel heute wieder mal spielen, nach langer Zeit, nach so langen Warten. Die Rede ist von keinem geringeren Spiel als... Fortnite! Huuuui! Huuuui! Ich weiß, liebe Zuschauer, vor allem, lieber Energydrink, du hast das Video schon mittlerweile in die Kommentare gestellt beim letzten Fortnite-Video. Du spürst Scheiße! Ich stimme dir vollkommen zu. Aber es ist eine neue Season rausgekommen. Und zwar, ich glaube gestern, heute haben wir den Aufnahmen, darum ist es das 10. Mal. Am 9. Mai ist, glaube ich, die neue Season rausgekommen. Und die soll ja etwas an Endgame angelegt sein. Und da bin ich gespannt, weil der Film Endgame ja ziemlich geil fand. Also wie jeder, der ihn noch nicht gesehen hat, geht es auf jeden Fall jetzt in die Kino, schaut es euch auf jeden Fall an. Richtig hart geiler Film. Und ja, deshalb habe ich mir gedacht, wir schauen uns das Ganze einfach einmal an, meine Freunde. Und dann gehen wir hinein in das Spiel und schauen, was sich verändert hat, ob sich das Besseren verändert hat oder nicht. Ich würde sagen, wir starten es ganz einmal, drücken da auf den Start-Butner, Loading, Ladegau-Vorgang läuft. Ich muss sagen, ich habe es bis jetzt noch nicht gespielt seit dem neuen Update und wir haben da schon einmal eine Veränderung. Es ist nicht einmal das untereinander Gestaffelte zum Auswählen, sondern wir haben jetzt da Rette die Welt, da Battle Royale und da den Kreativ-Modus. Wir nehmen jetzt einmal Battle Royale und schauen, was sich dann da verändert hat. Ich hoffe, dass es nicht Iron Man sein, weil das wäre extrem behindert. ist das eine Rolle von den Kreativ-Moduscera Teil der MEN BALAN und Sturz. Die Kreativ-Modus variabendribute ist ein Rauch von den Kreativ-Modus in der ganzen Kamau. Untertitelung des ZDF, 2020 Alles klar Leute, ich muss sagen, ich habe mir jetzt echt Schlechteres erwartet, ich starte jetzt direkt einmal, also die Stadt, die wir im Hintergrund schon mal sehen, das Ganze, das macht echt schon was her, ich muss echt sagen, nachdem Tilted zerstört war, war ich ein bisschen angepisst, ich habe zwischendurch noch mehr aufgenommen und bin da in Tilted gelandet und habe gesehen, dass Tilted zerstört worden ist, das hat mich richtig angepisst, aber, Wenn das jetzt so ist, dass man das alles wieder neu gemacht hat, finde ich nice, kann man mal machen, Leute, mhm, 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 weiter, jetzt muss ich allerdings sagen, ich hoffe, dass Tilted aktuell nicht weiterhin zerstört ist, Das wird so unser Tod sein, aber wir gehen jetzt direkt Tilted Alles klar, gut ab So, wir gehen jetzt in die Rundflasche und hoffen uns klein, diese Blau Alter, 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 yeah, oh mein fucking Gott Waffen mitnehmen, damit er sich keine nehmen kann, der nächste Typ Puh, wir rasieren da her Ich würde irgendwie ein Double Pistol, ich würde ein Double Pistol haben Äh So, wir haben jetzt definitiv schon mal richtig hart rasiert, Leute Das heißt, unsere nächste Mission, wenn wir mal sein Kredowoffen zu finden Das heißt, wir schauen jetzt mal da oben in diesem, äh, Schlafzimmerteil da Und mein Schlafzimmer sieht bitte nie so aus, schauen Ja, nur eine Ja, nur eine Aber das ist nicht schlecht Man müsste jetzt nur noch damit umgehen können Dann Alles klar Lachen Mö Sehr schön Kredowoffen altar Was ist passiert Was ist Das ist Alles klar Winde Das without 搭 Gibt es eigentlich irgendeinen Ort, wo keine neuen Gebäude stehren? Weil ich muss ja dennoch sagen, so schön es jetzt auch sein mag, dass wir da wieder neue Gebäude haben, war das alte Tilde noch bei Weitem besser. Also ohne Spaß jetzt. Also ich meine, das ist halt so, das sind ja wieder die typischen Ausstellungen für alten Menschen. Früher war alles besser. Aber ich finde, wie Fortnite war echt in der Anfangszeit noch am besten. Also vor allem jetzt so in der Zeit, wo ich eigentlich auf Season 3 bin eingestiegen habe. Aber Fortnite für mich wirklich noch mit am besten. Also das Gefängnis-Logier ist die Mini-MP. Und die Mini-MP war gerne, wie ich mir immer gehört. Also Sachen wie die Double-Pistole und so, oder die Pump und das Ganze, wie das alles dazugekommen ist. Das sind ja auch geile Rundschaften. Also da will ich gar nichts sagen, da kann man noch gar nichts sagen. Aber das ändert nichts daran, dass die Map damals doch bei Weitem besser war. Wenn ich da jetzt aufgesprich, was passiert dann? Ah, da kann ich gar nichts hin. Was hat der da für Waffe? Wie hat der mich damit jetzt One-Shot gemacht? Und warum gibt's die Scope jetzt in Grün? Schlag wegen anderen, du Schlampen. So, bitte. Leute, wo gehen wir hin? Was hat sich denn noch bei Ihnen nach? Ich kann mich auf der Map schon nicht einmal mehr orientieren. Aber ich werde ja da kümmern. Was ist das denn? Ah, jetzt ist die Tunnel auch komplett weg, oder was? Ah ja, so wie gesagt, die Grundmahnheit zerstört. Alles klar. Ich weiß nicht, die... Die Flut? Der Fakt? Ich weiß nicht. Gut oder so irgendwie? Keine Ahnung. Was haben wir da jetzt noch? Die Mega Mall. Ich glaub, das ist so ein Einkaufszentrum sein oder so. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, was war das früher? Wie sollte war das? Und dann war was? Noch hier. In Gottes Namen. Ich hab jetzt noch keine gescheite Waffe gefunden, mit der ich irgendwer nicht stelle. Oh! 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 What gefällt mir! Klar, boah. Und bald zu Mannes. Wir gehen dann ein Stück hinauf. Und dann holen wir sie mir in die Kiste. Ja, schön. Und eine Double-Bissle getaucht. Oh, warte mal. Ich hoffe, wir haben jetzt zuhört, oder? Ich hoffe, wir haben noch mal gebraucht. Komm! Und los geht's! Ah... Ähm... Na! Vor einfach raus! Vor einfach hinaus! Vor einfach hinaus! Vor einfach hinaus! Da kommt nur der Wasser! Es gibt's doch nicht! Ich verarschte! Ich muss die Runde raus haben! Oh, wir haben den Rekord geschafft. Alter! So! Gehen wir mal hinauf und schauen, dass die Kiste da oben wird. Oh! Danke für... Gar nichts, du Spass, die Kiste! Als ob da auch nur Kiste ist. Ah! Jawohl! Was ist das für Bullshit! Und wir sind mit der neuen Zunge! Alter, als ob der Auto ungenootet ist! Was seid ihr für... ...Spring drauf, Idiot! ... ... ... Ja, WHEN那我們 das noch h DCT Okay... Meine helt... Was übrig das, was das für Bullshit? Ehh... Pass auf das auch! Gut! Dann holen wir uns unser Auto wieder! Und oh, da hinten ist mir scheinbar Das ist allerdings nicht mehr die Zeug dahin, die höchste Hütte Ich würde auf jeden Fall eine Hütte erleben, bevor du eine sichere Motiv Oh, Alter, genau, wenn ich die Steckung hab Ich steige, ich steige, ich steige Ich steige, ich steige Meine Alter Ja! Alter! So. Vielleicht krieg ich es hin. Scheint! Hätte ich ab... Boah, wer sieht das aus, wenn man jetzt sowas von gemacht mit der Waffen... Altsch, ist die Waffen geil hier! Also wie gesagt, wir waren die ersten Ebenerungen, die jetzt zeigen, das haben wir jetzt die EU. Ich finde es nicht schlecht. Aber es kann wirklich nicht mehr als alte Partner tragen, das war wirklich. Season 3, Season 4, das war wirklich nur... Season 6, was ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die Season waren ziemlich cool noch. Nein, Season 6 war schon wieder ziemlich neu. Ich glaube, Season 3 war noch für mich eine der besten Seasons. Und dann ist es eigentlich fast nur weggekommen. Mit den Meteoren... Es ist ja dann noch weggekommen mit den Meteoren, okay. Für Engels wurde ich das so scheiße gefunden. Aber es war halt immer nicht. Ich bin sehr gerne zu... Burger... Tomato Town, Tomato Town bin ich sehr gerne gegangen. In so einem Tunnel. Aber den haben sie jetzt leider auch weggetan versucht und so, wenn ich das sehr scheiße finde. Aber wie gesagt... Man kann spielen... Ja... Es ist... Es wird schon eher zu Apex tendieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, Apex Legends Love Fortnite. Das trifft schon sehr den Rang ab, ja. Ähm... Trotzdem bedenkt mich, wie gesagt, recht, dass ich es einschalte. Ich hoffe, dass ihr euch gefallen. Zeigt es mir auch gerne mit einem Daumen nach oben. Oder auch gerne ein Abo. Würde ich mich auch sehr, 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 sehr toll freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns damit bei der nächsten Folge, wenn wir wieder Fortnite oder was anderes zocken. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, Morgen, Mittag, Abend, was auch immer. Tschüss! 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 Tschüss!